Also, hi, ich bin Alex, ich bin bisexuell, ich bin 25 und meine Pronomen sind er, ihm. Ähm, vor meiner Mutter. Und zwar am Tag von meiner Abschlussfeier von der Realschule, weil ich da halt von ihr einen Kommentar bekommen habe in Richtung von meinem besten Freund, den sie als Spaß gemeint hat und dann ich so ein bisschen, hm, Mutter, sei ruhig und dann halt abends darüber geredet und dann hat sie halt gefragt, was das war und ich halt gemeint, ja, hattest halt recht, Nagel auf den Kopf getroffen und ja, dann halt von meiner Mutter mich als erstes geoutet. Wie hat deine Mutter darauf reagiert? Also, am Anfang war es halt so ein kurzes, was, echt jetzt? Und dann aber so, ich bin halt ihr Sohn, und es ist halt okay, sie hätte es schon kommen sehen, mehr oder weniger. Also, war eigentlich nie ein Problem. Wie hat der Rest deiner Familie reagiert? Bei meinen Großeltern und meinem Vater war es so, dass ich das erst letztes Jahr Weihnachten, also jetzt nicht das letzte Weihnachten, sondern das Jahr davor, überhaupt mal erzählt habe, also einige Jahre später, weil ich mich da einfach auch nicht getraut habe, weil die ein bisschen konservativer sind. Von meinem Dad auch ab und zu mal, wenn er bedrungen ist, ein bisschen homophobe Kommentare kommen. Und dann habe ich das einfach so random getraut, weil ich halt ein Date hatte um Weihnachten rum und dann so gefragt wurde, ah, wie sieht es bei den Frauen aus? Und dann habe ich halt gemeint, ja, also, ich habe ja ein Date. Er heißt Dominik. Und von meiner Oma kam nur zu sagen, ach, willst du denn etwas Richtiges suchen? So, und ich so, mache ich doch. Mein Großvater war so, hm, solange ich glücklich bin, ist alles okay. Und mein Dad war einfach nur ruhig eigentlich im Großen und Ganzen und seitdem auch nicht mehr wirklich Thema gewesen nacheim. Euer Christian. Vielen Dank.